Hallo bei Not Another Dope Show, ich dachte mal, wenn die Therapie demnächst vorbei ist, kann man ja über die Gegenwart sprechen, Medizin und Kostenzusage und blablabla. Ja, im Moment schaut es so aus, dass ich mich mit dem Arzt da sitzen lassen. Er verschreibt zwar, aber nur auf Selbstzahler, keinen Bock, sich mit der Kasse auseinanderzusetzen oder mit mir zusammen den Antrag zu stellen, was ihm zu viel Arbeit ist. Fuck, echt, ja. Dementsprechend schlecht bin ich drauf und es ist nur ein Thrombo.